. Alexandra Vogel an, das bist du, komm mal her, hallo, das bist du, hallo, hallo, wir wollen uns doch zeigen, jetzt geht es ab in die Kiste, so, ab, zu Alexandra nach Hanau, so willst du da rein, das ist die erste Kiste hier, komm mal her, ab, so aus dem blauen Link um, ja, der kommt ab, komm her, hallo, so, das wird ja auch so erkannt, ne, so, so, darfst du mal in die Kamera gucken, wie der Gelbige weg geht, ne, so, ja, darfst du mal Tschüss sagen, ne, so, hier, so, ja, so, so, ja, sag mal Tschüss, ja, komm her, so, und da ist deinost, ne, ein weiterer, hallo, 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 Komm her. Jetzt habe ich dich ja noch gefeucht, nicht? Ja. Jetzt habe ich dich ja noch gefeucht, nicht? Ja. Ja. So. Da bist du. Jawoll. Das ist weg. Das können wir hier ein. So. Du darfst auch noch mal auf dem Fenster gucken und schön sagen, ne? Ja. So. Auf nach Köln. So. Und nun geht es weiter. Die Ines aus Memelsdorf. Die Ines aus Memelsdorf, ne? Wieso kommt das mal in Grüne? Oh, richtig. Du bist der Herr Grüne. Der Dunkelgrüne. Wo ist Herr? Du. Da. Da hast du dich versteckt. Komm mal her. So. Da hast du dich versteckt, nicht? Wo gehst du Ines? Nach Memelsdorf, ne? So. Alter Grünfink, ja. Ist das ok? Ja. Wo gehst du Ines, ne? Komm mal her. Hopp. So. Hopp. So. Ja. Zack. Mal gucken. Mal gucken, ne? 93. Jawohl. Mal gucken mal gucken, ne? Mal gucken mal unten rein. So. Das ist der Grüne, der Erste. Und jetzt kommt der Heike ins Mitten der Grüne, ne? Und das siehst du. Komm mal her. Du bist der Grüne für die Heike ins Schmitten, ne? Ja. Wir machen alles ein bisschen dreieinander, ne? So. Ja. Siehst du das, ne? So. Komm mal her. So. Hopp. So. So. Jetzt kommt es in die nächste Box, ne? Heike ins Schmitten. So. So. Jawohl. Das ist richtig. So. So. Und jetzt auch unten rein. Hopp. Zack. So. Und jetzt darf der Grüne noch mal gucken, ne? Von der Heike. Da kommt noch einer gleich zu, ne? Ja. Alles gut. So. Und der von der Ines aus Memmelsdorf, der Grüne. Ich darf auch erstmal mal gucken. So. Und dann sagen wir erstmal tschüss. Jetzt kommt die Jenny zwar dran. Das ist du, ne? Komm mal her. Ja. Komm her. Das ist du, ne? Die Jenny von der Heike. Ich dröme jetzt, ne? So. Gehst du da hin? Ja. Ich zeig dir mal in die Kamera. Ja. Du bist da auch schützt da. Ja, ne? So. Wo gehst du hin? Die Boxen, die nächste, ne? Wenn ich hör. Und dröme jetzt. So. Komm her. Hallo. Ja. So. Komm her. Ja. So. So. Blaue Ringer. Zack. Ab in die Trümnisbock. So. Das darfst du auch nochmal schön sagen, ne? Ja? Auch nochmal in die Kamera gucken. und auch wieder den Sagen. So. So, das ist der Nächste. Du bist der Nächste. Komm mal her. Wo bist du der Nächste. Wo gehst du hin? Was für Nummer hast du? Das werden wir gleich feststellen. Komm mal her. Ach. Das werden wir gleich feststellen. Guck mal auf die Nummer. Ja. 098. Hallo. Hallo. Natürlich die untere, ne? Logisch, ne? 098. So. Du bist zu Ines nach Memelsdorf, ne? So. So, nochmal zeigen, ne? Du bist zu Ines nach Memelsdorf, ja, ne? So. 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 Du musst ja nach oben, ne? Da ist noch keiner drin. Ab. So. 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 Die Ines aus Memelsdorf ist versorgt, ne? Mit einem blauen und mit einem grünen. So. 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 Und jetzt ist noch die Feige. Aufs Mitten. Die hat den selben Geschmack, ja? Ne? Die bekommt den anderen blauen jetzt weg, den Kinder, ne? So. Wo sind die sich? Da oben. Komm mal her. Ne? Schau mal her. Ne? Du bist das, ne? Komm mal her. Hallo. 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 Ey, 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 ey. Hallo. Was ist los, ne? So. Hallo. Was ist hier los? Hallo. Na, jetzt sind die ein bisschen rum. Hallo. Komm her. Ne? Hallo. Was ist das? Na? Komm. Sehen wir fünf Minuten. Komm her. Hallo. Na, was ist los hier? Hallo. Was soll das? Na, was ist los hier? Hä? So. Was soll das? Willst du nicht in den Käfig, hä? Willst du nicht in die Box? So. Huh? Hallo. Hä? Willst du nicht in die Box? So. Hä? Ja. Hallo. So. Das ist ja ganz was Neues hier, oder? So. Wo gehst du hin? Zu Heiken, ne? Zu Heiken nach Spitten als zweiter Vogel, ne? So. Gerade wolltest du mich ein bisschen verarschen, ne? So, ja. Wolltest du mich ein bisschen quälen? So. Alter Wursche. So. Auf geht's da, ne? So Heiken. Hopp. So. Rein mit dir. So. und ihr zweiter. Virtualry. Mach doch mal gucken, ne? Der blaue. Und der grüne, ne? Der blaue muss ich immer erst ausfliegen, bevor er auf die Hand kommt. Nicht vergessen, so. Tschööööö. Jetzt kommt die Talia dran. Na? Du bist so süß, lieber mal her. So. Ja. Ne? So sieht wars auch. Bist du gleich wieder höchst, ne? Ja. Hallo. hm, wirst du gleich wieder gesteucht? ja? Kiki, komm her! hallo! hm? wirst du gleich wieder gesteucht? Kiki, komm her! Kiki! komm her! hallo! alter Wollte! hier gehts nach Süßkort, ne? zur Tanja, ne? hier gehts nach Süßkort zur Tanja Kiki, ne? so, und da ist eine Box, eine Soffelbox, ne? da gehst du gleich rein, zur Tanja, ne? ok? sagst du mal Tschüss, ja? komm her! hm, komm her! so, da hab ich die! ab, da ist die Nummer 1, ne? für die Tanja so, und jetzt aber nochmal gucken so, da steht gar keine Nummer drauf so, da ist er, die nochmal Tanja hier ist der Neuste jawoll! so geht's rücken rein Kiki geht rücken rein, ne? so, und wenn wir gucken wo der Rambo ist, ne? siehst du das? bist du der Rambo für die Tanja? hallo! komm her! ha! bist du der Rambo für die Tanja? komm mal her! hallo! hallo! hier spielt die Musik, ne? hier spielt die Musik, ne? hier spielt die Musik, so, ne? da drüben sind die Spänen schon wieder unterwegs, ne? so, hm? du bist ein lieber Rambo ja, ne? komm! hopp! ich hab mir ja schon die ganze Woche gezeigt, wie du bist, ne? so! ich hab mir schon die ganze Woche gezeigt, ne? hopp! du gehst oben rein, ne? hopp! so! Tanja! Tweetie, ne? das ist Tweetie und der Rambo, ne? auf geht's nach Düsseldorf so! ihr muss jetzt aufpassen bei der Antje, ne? bei der Tauscherei, ne? ja! so! bist du der Richtige? komm mal her! ja! 133 bist du! was haben wir hier stehen? 133! dann bist du das ja, ne? hm? du bist der Nachzügler, der Urtauschkole dreimal! komm her! hallo! komm her! so! du gehst jetzt zur Antje nach Uni, ne? da kommen noch zwei Kollegen mit, ne? komm her! so! so! du willst du hin? nach ganz unten oder nach ganz oben? ne? so! wo willst du hin? jetzt kommen wir mal nach ganz oben, ne? so! so! zur Antje ab! so! du bist der erste! du bist der erste für die Antje! so! und du bist der zweite für die Antje! komm her! so! du bist der zweite für die Antje, ne? die 24! 20! jawohl! jawohl! du gehst in die Mitte rein! in der Mitte rein! in der Mitte rein! und der letzte, wer ist das denn für einer noch? doch! so! 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 die Antje die Antje hat mir genug gezeigt, ne? die Müsse! ja! so! 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 hallo! nicht abhauen, ne? da ist die Müsse, ne? ne? siehst du auch so Antje? ja, ne? Müsse! so! komm her! die Müsse, ne? so! ein ganz lieber, ne? hopp! so! und du musst deine Noten rein! hopp! dann ist das komplett! so! Antje! hier 3 Stück! da ist die Müsse, ne? der bunte! und der grau-blaue, ne? so! und dann war es das! so! denn Ich bin der Wind. Ich bin der Wind. Vielen Dank.